Ah, das hier ist ziemlich cool, muss ich sagen. Die Gath-Kolosse sehen echt immer so traurig aus. Kampfläufer, Entschuldigung. Oh, das sind ja die großen Kampfläufer. So, suchen wir den Schuh draus. So. Also ich finde auch das Geschütz, also gegen Ziele, die über oder unter einem sind, ist das Geschütz, wo doch über einem geht, aber unter einem nicht. Das ist nicht immer so offensichtlich, leider. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass man den Marko nicht upgraden kann. Das hat's wohl... Ich glaube, das sollte wahrscheinlich mal irgendwie reinkommen, aber das hat's wohl dann nicht ins Spiel geschafft. Das ist auch mal ein Problem mit Mass Effect 1. Das Spiel ist so nie ein bisschen unterentwickelt. Da hätte, äh, da ist denen, glaube ich, auch irgendwann das Geld ausgegangen, weil es halt ein No-Budget-Titel war. In Mass Effect 2 hatten sie dann halt das Geld. Also die Physik von Marko ist auch so eine Sache für sich. Oh, das ist etwas... Oh, das geht. Das sieht richtig aus. 99 XP für so ein Ding. Das ist echt nicht schlecht. So, sicherheitshalber mal speichern. Und diese Musik. Gareth, du wirst beschossen. Um. Hmm. 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 Okay. 15 facilities have suffered a great deal of damage. Biohazard materials present throughout facility. Virtual intelligence user interface offline. We need to get the reactors back online. Why are the turrets facing the wrong way? They want to keep their people in as much as they want to keep others out. Hmm. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, wir speichern nochmal. So, wir speichern nochmal. So, wir speichern nochmal. So, wir speichern nochmal. So, wir sind jetzt aber nicht versehentlich in Dead Space gelangt, oder? Aber ich muss zugehen, ich hab Dead Space nicht gespielt, also... So, wir speichern nochmal. So, wir speichern nochmal. So, wir wissen, was wir wissen? So, wir wissen, was wir wissen? So, wir sehen, wir sehen, wir sehen. Das Schmerz ist nicht möglich. Okay, das kommt erst später. So, können wir jetzt dann schon was machen? Äh, nein, ich will nicht den Kern. Und an Universalgehilfe, die Leute, die nicht wissen, wie die Türme von Hanoi funktionieren. Wobei die Steuerung davon ein bisschen komisch ist. Wer ist der Pro? Verdammt, ein Pop-up! Okay. Okay. Ich finde es doch geil, wie da was von Level 3 und Level 2 steht und dann nichts davon gesagt wird. Okay. 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 User Alert. Main Reaktor Shutdown in accordance with emergency Conta... Ähm, das sah nach dem Schildgenerator aus. Schildbatterie, was ist das? Schildregenerator. Schildbatterie. Woaah! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's. User alert! Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Woah! Oh fuck! I've got to go to the Red Room!